Die Dokumentation der Arbeitsergebnisse ist ein weiterer wichtiger Punkt bei Barcamps, auch bei digitalen Barcamps natürlich, denn es geht ja darum, die Arbeitsergebnisse und die Inhalte nachhaltig zur Verfügung zu stellen, sodass andere Sessions und Arbeitsgruppen von meinen Ergebnissen profitieren, kann ich aber auch von den Ergebnissen der anderen Arbeitsgruppen. Für die Dokumentation sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber zuständig und was wir bei unserem Barcamp hierfür zur Verfügung stellen, zeige ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sobald das Barcamp gestartet ist, sehen Sie auf der Homepage in der Menüleiste einen Button mit Dokumentation. Wir haben hier einen Zeitplan, das heißt ein Zeitraster, drei verschiedene Slots mit unterschiedlichen Sessions und Sie werden dann hier die Titel der jeweiligen Sessions anfinden. Sind Sie nun im Slot 1, also zwischen 10 Uhr, 15 und 11 Uhr und befinden sich in der Session 2, klicken Sie einfach auf diesen Button und es öffnet sich ein eigens dafür erstelltes CryptPad. Das ist ein Online-Text-Editor, in dem Sie einfach Ihre Ergebnisse und Ihre Inhalte reinschreiben können. Diese Inhalte werden erstmal gespeichert und werden Ihnen im Nachklang der Veranstaltung als Dokumentation zur Verfügung gestellt. Soweit erstmal dazu. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dafür und bei unserem nächsten Barcamp wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.